Unsere bisher größte Ausstellung im Robb und Berking Yorting Heritage Center beschäftigt sich mit 111 Jahren Spitzenleistung im Yacht- und Schiffbau der Firma Abeking und Rasmussen. Wir zeigen sie bis Mitte Oktober an jedem Tag außer an Montagen von 11 bis 18 Uhr hier in Flensburg. So, herzlich willkommen zu einem Rasmussen unserer großen Abeking und Rasmussen. Ausstellung, die wir der 111-jährigen Geschichte einer ganz besonderen Werft widmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017